Familienzwist im Hause Lugner? Gerüchte reißen nicht ab Auch Tage nach der Beerdigung von Baumeister Richard Lugner reißen die Gerüchte um einen möglichen Zwist innerhalb des Lugner-Clans nicht ab. Hunderte Freunde und Wegbegleiter nahmen am Samstag Abschied von Richard Lugner. Doch vielen fiel die Distanz zwischen Ex-Frau Christina Mausi Lugner und ihrer Tochter Jacqueline auf der einen und Mörtels Witwe Simone auf der anderen Seite auf. Das näherte nicht zum ersten Mal Gerüchte über einen Zwist innerhalb der Familie. Mausi hatte schon im Vorfeld mehrmals erwähnt, dass das Verhältnis zwischen ihr und Simone nicht sehr eng sei. Bei der Planung der Beisetzung von Richard Lugner setzte sich Mausi dahingehend durch, dass als Uhrzeit für die Totenmesse in der Karsgrabener Kirche 13.13 Uhr festgelegt wurde, ihre eigene Glückszahl und auch die Uhrzeit ihrer Trauung mit Mörtel. Witwe saß abseits Beim Gottesdienst im Stephansdom zuvor saß Simone auf der anderen Seite der Kirche, fernab von Mausi und Tochter Jacqueline sowie deren Ehemann Leo Lugner, früher Kohlbauer, und Lugners ältestem Sohn Alexander. Bei Simone saß lediglich Lugners Sohn Andreas, dessen Verhältnis zum Baumeister als zerrüttet galt. Darüber hinaus besonders bezeichnend, so gut wie keiner der Traurgäste kondolierte der eigentlichen Witwe Simone, sondern nur Ex-Frau Mausi und Jacqueline. Zeitweise doch gemeinsam Bei der eigentlichen Totenmesse und Beisetzung in Grinzing ging der verzweigte Lugner-Clan aber gemeinsam hinter dem Sarg her. Zuvor stand man auch auf dem Stephansplatz gemeinsam beim Sarg, als die Deutschmeister den Radetzky-Marsch für den Verstorbenen spielten. Radetzky-Marsch für Richard Lugner Trauergast Alfons Haider verwehrte sich im Interview mit PULS24 Society Insider Dominic Heinzel allerdings dagegen, allzu viel in solche Details hinein zu interpretieren. Für ihn als engen Freund der Familie gäbe es keinen Zwist. Man soll dem keine Bedeutung beimessen, meinte der Entertainer.